Willkommen zurück zu Blaster Master Zero. So, wir haben jetzt im letzten Part noch eine neue Waffe bekommen. Fand ich eigentlich ganz nett. Achso, das war jetzt die falsche Taste. Und jetzt wollte ich, ähm... Genau hier hinreisen. Oh. Ah doch, passt sicher. Das muss ich überlegen. Muss ich durch den Riss durch oder nicht? Nein, ich muss durch die Tür. Ich muss durch die Tür. Das heißt, wir brauchen das. So, und... Ah, wartet mal. Hier waren wir doch, glaube ich, schon mal. Glaube ich. Genau, da sind wir hier rein. Und hier kam ich dann damals nicht so wirklich weiter. Weil das ja dann... Hier dicht war. Hier muss das doch irgendwo sein. Nein. Mann. Geh in dich drauf. Das gibt's nicht. Ich wollte gerade sagen, lass die doch mal treffen hier. Ja. Äh... 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 Da. Und da sind wir. Gut, hier kann ich dann... Äh... Eigentlich soll ich doch hier zu... ...Area 6 kommen, oder nicht? Da muss ich hin. Aber da komme ich ja gar nicht hin, weil da was fehlt. Hier könnte noch was sein. Ich bin gerade voll verwirrt. Ja, da will ich hin. Da komme ich aber nicht hin, weil mir die eine Karte fehlt. Und die soll doch genau sich... ...hier befinden. Oder befinden die sich hier? Ey. Genau hier. Ist aber nix. Äh... Verstehe ich jetzt nicht? Aber hier bin ich doch. Äh... Ich muss irgendwie da durchkommen. Ah, wie? Äh... Hm. Irgendwas übersehe ich hier. Irgendwas übersehe ich. Ich... Ich weiß aber nicht was. Könnte ich denn da noch hinkommen? Ich komme da gar nicht hin. Nur hier komme ich hin. Da kann ich mich dahin teleportieren. Da ist eine Tür. Da ist ein Portal. Und da soll die Schlüsselkarte sein. Die Schlüsselkarte ist aber nicht da. Ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Gut. Da bekomme ich noch irgendein zusätzliches Item. Und da auch. Würde ich jetzt erstmal ganz kurz nebenbei machen. Aber... Vermute ich jetzt mal, dass ich da irgendein zusätzliches Item bekomme. Ich... Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. So. Da ist ein Portal. Hier irgendwo. Okay, hier ist das Portal. Portal. Das interessiert mich jetzt hier nicht. Ja, das ist klar. So. Da muss ich jetzt rüber. Danke. Machen wir das da auf. Hier durch. Reicht das? Ernsthaft? So. Können wir auch. Muss einfach nur nach unten kommen. Da bin ich doch genau da, wo ich schon vorher auch war. Ja. War ich doch. Da kam ich noch nicht durch. Ah, okay. Aber da ist gar nix. Äh, okay. Da war ich doch auch schon, oder? Ich stehe gerade nur so ein bisschen auf dem Schlauch. Ah, das ist die Sache. Da war ich ja schon. Ah, da gibt's auch was im Untergrund. Okay. Weißt du, ich sollte dann hier rein und dann mal unterirdisch gucken? Meint er das damit? Also im interdimensionalen Raum? Ah, nee. Geht das schon wieder los. Das war's. Wartet, 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 wartet. Hier ist doch gar nichts. Ich glaube, ich gehe hier gerade echt umsonst durch. Wo kommst du denn her? 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 Komm, Licht an. Nach unten weg. Nee, hier war ich schon. Ich renne gerade vollkommen im Kreis. Das bringt mich nicht weiter. Okay. Und das da unten funktioniert nicht. Warum auch immer. Ah. 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 Hier ist aber nix weiter. Das Startgebiet. Hier war nix. Da hab ich alles. Und hier ist nur der Punkt. Aber das krieg ich nicht. Gebiet 4 ist nix. Gebiet 5 ist auch nix. Und Gebiet 6 war ich überall. Und da komm ich nicht lang, weil mir da die letzte Karte fehlt. Da war ich auch schon. Definitiv. Eins, was jetzt noch sein könnte, wäre hier. Aber das macht für mich auch keinen Sinn. Hier war ich, glaube ich, gleich schnell durchgerannt. Ja. Ach meine Güte, da war ja einer. Den hätte ich gar nicht wahrgenommen. Alter, ich komm da jetzt gerade echt nicht hoch. Gehe ich da jetzt nach rechts. Erstmal gehe ich jetzt nach oben. Okay, erst mal Energie auftanken. Hier soll es irgendwas geben. Ähm. Okay, hier ist wieder so ein interdimensionales Ding. Wo ich mich dann zwar wieder wahrscheinlich mit stärker mache. War nicht wirklich so, wie ich es gerne hätte. Gut, das scheint aber nur eine Etage zu sein. Von dem her würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohotrein. Tschö, tschö. Tschö, tschö.